Teil 2 meiner Serie, wie du pflanzliche Proteine in deine Ernährung integrieren kannst. Ich mache mir total gerne einmal die Woche ein richtig schönes Linsendal. Heute machen wir eins aus schwarzen Beluga-Linsen. Das Dal kannst du luftverpackt ca. eine Woche im Kühlschrank aufbewahren und immer rausholen, wenn dir danach ist. Viel Spaß beim Nachmachen!